Kala Global, das stelle ich mir, glaube ich, als sehr groß vor. So eine Art parlamentarischer Abend, so wie man das hier in Berlin so kennt. Vielleicht so ein paar Inputs und eine Podiumsdiskussion und dann lecker Essen und Buffet und Tanzen. Es gibt sicher schicke Anzüge und hübsche Kleider. Vielleicht so etwas, wo unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und vielleicht alle etwas Unterschiedliches aus ihren Kulturen kochen. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.